Hey, meine Damen und Herren, heute spielen wir das Spiel des Lebens. Wir müssen ganz, 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 ganz alt werden. Je älter wir werden, desto mehr Kohle kriegen wir mit dabei. So, das ist ein Wettkampf. Ich würde sagen, wir beginnen und ich erkläre alles, wenn es läuft. Bist du bereit, Elina? Ich bin ready. Auf die Plätze, fertig. Los! Also links seht ihr mich, rechts seht ihr Elina. Ziel ist es, möglichst jung zu bleiben. Wir sind jetzt neun. Indem wir solche Feuchtigkeitscremes und diesen ganzen Kleideradatsch einsammeln, werden wir quasi jünger oder Yogamatten, ein bisschen sportlich, gesund, werden wir auch jünger. Wenn wir die Treppen hochsteigen, werden wir älter. Je jünger wir auf diese Bonustreppe kommen, auf die Elina wahrscheinlich jetzt auch gerade ist. Wie viel hast du? Oh nein! 1,4 habe ich, 1,4. Du nicht? Nein, ich habe auch 1,4. Schade, okay. Du hast jetzt also 20 Prozent und 54 Dollar. Ja, ja. Nee, 50 Dollar habe ich sogar. Okay, Elina führt leicht. Der Sieger, wer am Ende am meisten Geld hat, hat das Ding natürlich gewonnen. Müssen wir mal die niedrigste Treppe nehmen, um möglichst jung zu bleiben. Ach so, du spielst schon das nächste Level. Hey, das ist ein Wettkampf Elina, natürlich. Das ist ein Wettkampf? Wir müssen richtig schnell sein? Natürlich, hä? Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Warum sollten wir sonst beide hier spielen? Das ist ja voll verarschend. Das ist ein Battle. Okay, ich warte dann kurz Elina auf dich. Okay, okay. Okay, lasst ein Like da, wenn ihr mehr solche Battles sehen wollt. Und abonniert auf jeden Fall noch den Kanal. Wir können jetzt das hier kaufen für 70. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kaufe das einfach mal. Ich glaube, ich bin schneller über die Treppen, wenn ich es richtig erkannt habe. So, ich bin jetzt bei Level 3, Ben. Ich auch. Ich finde es auch geil, wie das Spiel wirklich davon ausgeht, dass die Spieler absolut dumm batzen sind und sogar die kürzeste Treppe markieren. Geht es schon weiter? Wir spinnen. Ich spinne gerade das Glücksrad. Oh, zum Glück. Eine freie Massage, Alter. Macht mich das jünger? Jawohl. Jo, zwei Jahre jünger gemacht. Ich war auch bei einer Massage erst. Hatte danach heftige Schmerzen. Das wird ein... Ah, nur 1,4, Elina. Ich mache auch einen Spin. Du kannst auch sterben bei dem Spin, ne? Dann bist du tot. Musst Level neu machen. Ne, Diät habe ich gemacht. Okay, chillig. Ey, komme ich in den Himmel jetzt? Komm ich, komme ich. Du hast es in den Himmel. Warte, 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 warte. Das ist ganz knapp. Richtig knapp, richtig knapp. Nein, eine Treppe. Ey, ich bin Baby. Ich bin 22 Monate alt. Okay, alles klar. Okay, diese Maschine dürfen wir nicht einsammeln. Denn die gibt Werbung. Und Werbung frisst Zeit. Und die haben wir nicht. Rat des Lebens, Leute. Was ziehen wir? Ja. Ne Diät. Ne Healthy Diet. Macht mich ein bisschen jünger. Jawohl. Ja, mit 14. Das könnte jetzt der Himmel werden. Wir sind 70. Ah, nee, schade. Ich weiß nicht, Edina. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Ich glaube, du ziehst mich hier gerade ab. Ich muss einen Spinner machen. Okay, wir haben gleich einen neuen Charakter freigeschaltet. Yoga. Ich kann Max H. mir kaufen. Oder, nee, mir geht es ja immer um Speed. Ich kaufe das. Okay, Meditation. Safe. Okay. Donut oder Banane? Donut. Lügen oder ehrlich sein? Ehrlich sein. Ich weiß nicht, warum einen das jünger macht. Okay, Netflix und Gym. Okay. Fries oder Orange. Ich weiß nicht, Orange. Ich bin null. Ich bin, oh mein Gott. Ich bin eine Spermung. Ich bin null Monate. Was? Geld. Jawohl. Stocks. Jawohl. Börsen, Leute. Mit null Monaten hat man das easy. Ich schaffe jetzt den Himmel das erste Mal. Easy sogar. Safe, safe. Ja, mal zwei. Wir sind im Himmel. Sammeln Bonusgeld ein. Oh, jawohl. Das erste Level, was wir geschafft haben. Oh, ich habe das Rad gedreht. Jetzt bin ich 18 Monate alt. Ja, jetzt schaffe ich es nicht in den Himmel. Verdammt. Hä? Je jünger man ist, desto besser. Ja, ich habe es gerade so in den Himmel geschafft. Ja, nee. Ja, ich war 18 Monate. Ich war aber davor viel kleiner. Ach so. Ach so. Ich kaufe mal Max. Nee, aber Max, ich gebe mir keinen Speed. Das macht keinen Sinn. Ich kaufe mir das. Oh mein Gott. Jetzt bewegen sich diese Dinger, Elina. Bin bei 100%. Jetzt hier lang? Welches Level bist du? Gott, ich bin minus neun Monate, Elina. Ich bin minus. Was? Oh, die Treppen ändern sich. Scheiße. Ich glaube, ich bin ein bisschen vor dir. Weil ich so geldgierig bin. Ich bin ein bisschen vor dir, Elina. Weil ich so geldgierig war, habe ich jetzt verloren. Geldrad, los, komm. Können wir irgendwas? Uff, das war ganz klapp am Tod. Ich bin fünf Jahre. Reicht fünf Jahre? Da muss ich spinnen. Da muss ich spinnen. Ich habe immer gespinnt. Ich habe bisher noch nie was Schlechtes verholen. Doch, ich bin... Ich habe einmal rauchen angefangen. Ganz schlecht. Echt jetzt? Ja, ja. Ich führe ein bisschen in die Arbeit. Vielleicht hast du ja mehr Kohle. Na, das kannst du vielleicht haben. Kannst du haben. Ich muss mir was kaufen, auf jeden Fall. Ja, ja, aber irgendwie... Ich müsste doch jetzt... Warte, ich habe doch einen neuen Charakter eigentlich auch. Hier. Hier ist ein Baby. Für 5000. Läuft dir auch ein Baby hinterher? Ja, nee, so weit bin ich noch gar nicht. Hey, Elina, wie schnell bist du? Ich zieh durch. Ich bin Level 7. Baby, was ist das jetzt? Ah, lol. Jetzt redet mein Baby hinterher. Ach, das wird auch jetzt älter. Das ist mein Kind quasi. Aber das ist cool. Hey, mein Kind ist gefühlt so alt wie ich jetzt. Ah, das ist ja mein zweites Leben. I understand. Okay, boom. Ich drehe, tap. Wieder ein Kind. Boom. Vitamin C. Jawohl. Massage, geil. Ah, das wird safe. Das wird safe, Himmel. 100 Prozent. Ich auch sage, ich sterbe jetzt. Nee, alles gut, Geld. Cash Price, jawohl. Ah, Himmel, nice. Ah, du bist vor mir. Ich weiß nicht, wie du mich jetzt gerade überholt hast, aber irgendwie hast du das geschafft, ey. Huhu. Hey, ich habe nicht Himmel geschafft. War das eine Treppe? So eine Schade. Das war wirklich eine Treppe. Aber wie? Aber ich habe es vorher gar nicht verstanden, ey. Ich kaufe mal das hier, Max H. Dann kriegen wir mehr Geld. Ah, nein, das macht mich älter, diese Soda, oder? Die sollte ich nicht einsammeln. Diese Soda, oder? Die Soda, oder? Hier, Wasser, Feuchtigkeitscreme, alles Gute Sachen, Leute. Packen wir uns ein in die Cash. Yoga-Matten, nice. Zack, 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 zack. Oh, ich bin aus dem Bildschirm rausgekommen. Kein Glücksrad. Nein, man muss das Glücksrad machen. Geld, Krypto. Sehe ich mich. Krypto-Geld. Steck mal ein. Wird aber kein Himmel mit 16, glaube ich. Aber ein bisschen zu alt führen. Ja, ich bin 15. Ja, ich habe nichts für dich beantwortet. Das wird ja viel doch immer schwerer, kann das sein. Ja, ja, aber safe. Der Gewinner ist der, der beim Timeout, also wenn wir quasi sagen, jetzt ist Ende, mehr Geld verdient hat. Also sprich, mehr Geld in diese Updates gesteckt hat, plus halt mehr Geld auf dem Konto hat, auf dem Dach, ohne. Jawoll. Rolltreppe. Rolltreppe, macht mich Rolltreppe älter? Ja, musste ich nicht. Ich dachte, Rolltreppe ist ein Chiller. Oha, ich bin jetzt erst bei der Rolltreppe. Ja, ist nicht verraten sollen. Macht mich das jünger alles? Ja. Ja, das war natürlich ein Reinfall jetzt. Oha, 13. Ich wünschte, ich wäre jünger. Spinner. Herzen. Health and Diet. Yoga Retreat. Ja, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Jetzt bin ich drei Jahre alt. Tschölle, Lida. Oha, das ist ganz knapp, ganz knapp. Jawoll. Das ist sehr knappes Battle zwischen uns, ne? Hm. Ich muss direkt mein Geld investieren hier. Äh, das hier, denke ich mal. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich denke mal, dass man mehr Geld fürs Einsammeln kriegt, maybe. Oh, das macht mich älter, ach du heilige. Schade. 19. Nein. Oh, das ist doch dumm. Gym. Äh, Ehrlichkeit. Dusche. Banana. Geld. Auf Speedbasis. Oh, jawoll. Komm, jetzt gönn schnell. Ich kriege eh Himmel. Nein. Ach so, ich bin nicht tot. Ich werde nur älter. Okay, aber 11 müsste doch trotzdem reichen, oder? Oh, lol. Ich bin ein Kleinkind und habe trotzdem gespinnt. Nein. Und ich habe keinen Schlaf. Und jetzt bin ich wie alt? 18 Monate. Okay, das schafft man. Elina ist so heiß auf den Sieg. Ja, ich fühle es. Ich habe einen neuen Charakter. Ja, Moin, man muss sich eine Werbung anschauen, um den zu kriegen. Chillig. Die Zeit haben wir nicht. Ich habe keine Werbung. Jawoll. Wieder ein Baby, wieder ein Baby. Ach so. Wir machen mehr Geld. Oh Gott, nee, ich kriege weniger. Ich sage mal so. Baby, let's go. Hä, wo ist mein Baby? Bin ich das nicht eingesammelt? Oh Gott, ich bin 81. Ich schaffe das Level gar nicht. Was ist das denn jetzt hier? Oh, ich bin übel. Smart. Hier verstehe ich. Ah, das war gut, das war gut, das war gut. Great. Das Spiel sagt great, Elina. Ja, ist okay, ist okay. Ich bin aber relativ alt. Aber das passt schon. Ey, wie kann man denn dreimal hintereinander das Schlechte bekommen, ey? Jo, Alter. Nein, Junk Diet. Wieder fast zu dir, warst du wieder bei Burger King. Also, wenn ich jetzt nicht Pech habe, und komm, ich habe jetzt dreimal Pech, das kann ich vielmal sagen, sonst ist das gescampt. Ja, besser ist auch das Spiel. Ich bin sechs Monate, das wird der Himmel. Schmeckt. Komm, 2,3 oder so vielleicht. Oh, warum spinne ich denn, wenn ich so klein bin? Das war mega dumm. Start smoking mit acht Monaten. Aber ich glaube, man muss spinnen, oder? Kann man sich das aussuchen? Ich wollte einmal dran vorbeilaufen, da musste ich trotzdem spinnen. Komm, 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 komm. Elina, wir haben noch zwei Minuten, 40 Sekunden. Okay, 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 okay. Also, man schafft nicht. Nein, ich hätte das kaufen. Doch, natürlich, wieso kaufe ich nichts? Ja, man muss safe kaufen. Man muss immer kaufen. Das habe ich auch richtig verkackt am Anfang. Alles das Geld investieren in der Mente. Mente. Okay, egal. Elina ist so heiß. Hier sind Autos, man kann totgefahren werden oder so. Hilfe. Okay, ist das nicht gerade das Schwierigste? Schwierigste. Schwierigste. Nein, jetzt muss ich die nehmen. Ha, lol, outplayed das Spiel. Entwickler völlig outgesmarted. Ja, den habe ich richtig nice genommen. Autos. Also, Level-technisch ein bisschen vor dir, aber das heißt natürlich jetzt nichts per se. Geld-technisch. Nein. Gön, 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 gön. Geldschein würde ich vielleicht nehmen. Ah, klar, ist auch okay. Aber ich bin eh sehr jung gewesen. Minus neun Monate, perfekt. Boah, das ist mein Rekord, glaube ich. Ey, ich bin im Himmel mit 54. Das ist ein Rekord. Ich bin noch knackschjung. Knackschjung. Zack. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Nee, eigentlich geht man so betrachtet nicht, ey. So. No thanks. Noch eine Minute, 35 Sekunden, Elina. Nein, ich habe mir wieder nichts gekauft. Dusche. Oh Gott, das könnte eventuell mein Win werden. Chill, chill, machen chill. Ja, gut. Ja, ich hätte kaufen sollen, Mann. Aber ich bin nervös, weißt du. Yoga. Wir machen jünger, jünger, wichtig. Orange. Und Spin. Mach keine Faxen jetzt mit mir. Nice. Spa-Weekend. Minus neun. Und der Himmel ist gesichert. Noch eine Minute, Elina. Letzte Minute. Jawohl. Oh nein, ich muss ja noch weitermachen. Habe ich nicht ganz vergessen. Diesmal kam ich richtig schnell in den Himmel. Alles angesammelt. Tap to spin. Okay. Geld. Cash, Price. Ich würde sagen, das Level, das man begonnen hat, darf man dann noch beenden mit dem. Okay, okay. Okay, das heißt, sie müssen jetzt schnell sein. Nein, es nerven die wieder mit ihrem hässlichen Charakter. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Nervt da nicht rum. Ja, komm, schnell. Auf schnelle Welle. Ich muss mich auch beeilen. Ich schaffe nicht noch ein Level, glaube ich. Ich habe noch, ja, ja, 27 Sekunden noch. Das schaffen wir nicht. Boah, fast eine Werbung kassiert, ey. Ich glaube, es hakt. Zeit ist um, Elina. Okay. Das heißt, wir beenden noch das Level. Kriegen nicht mal Himmel beim letzten. Oh man, gebrokt, ey. No offense. Tap to spin, Reno. Okay, ja, leveltechnisch war ich vor dir. Stressed out. Das muss natürlich nichts heißen, okay. Ich bin sehr gespannt, wer mehr Geld hat. Okay, ich bin ... Okay, was hast du bei den Upgrades, Elina? Kann ich ... Ach so. Ähm, Money, drei. Treppe, sechs. Maximales Alter, drei. Okay, das heißt, wir upgraden. Okay, jetzt habe ich drei, sechs, drei. So wie du, ja. Was hast du oben beim Geld, Elina? Ja, wie viel? Willst du mich lieber sagen? Ich sage die Zahl rechts. Rechts ist fünf. Zwei. Noch eine fünf. Acht. Uff. Jetzt ist es spannend. Okay, jetzt kommt bei mir eine ... Das ist auch die letzte Zahl. Ja. Sechs. Was? Eine drei. Yeah. Einfach besser, Elina. No number. Okay, Leute, das war das erste. Sehr knapp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe das nächste Renn schon gestartet. Ihr habt ein Like und ein Abo da. Bis morgen, euer Benson. Ciao. 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 Ciao.